Moin moin und herzlich willkommen. Ich hab da irgendwie mal wieder Bock drauf. Ich weiß das auch nicht. King of Retail, dem das was sagt. Ich hab das jetzt schon seit 2, 1, 2, 3 Jahren. Keine Ahnung, ich hab da mal einfach wieder Bock drauf. Und wollte das einfach mal wieder zocken. Und dann bringe ich einfach mal hin und wieder mal eine Folge raus. Hab dich mir so überlegt? Wie sehe ich denn aus? So lange Haare hab ich nicht mehr. Aber was? Na, lassen wir das. Nee. Obwohl ich bin relativ braun mittlerweile. Durch die ganze Sonne. Farbe. Naja, eigentlich bin ich mittlerweile fast grau. Aber was schon. Augen lasse ich einfach so erstellen. Dann hab ich einfach mal wieder Bock, ein Let's Play zu machen. Wirtschaftsschule. Okay. Müsste ja mittlerweile Final sein. Oder relativ Final. Dass man da auch viel machen kann. Und ich würde sagen, wir gehen in den Kampagnen-Modus. Neues Spiel. Sehr geehrter Herr Händler. Wer Lust hat, sich das jetzt durchzulesen. Müsste ja einigermaßen sichtbar sein. Einfach mal auf Stopp. Was ist das auch? Ja, klappt. Gut. Eben nochmal nach der Auflandung. Guckt nicht, dass das da irgendwie, ne? Willkommen in der Stadt. Arbeiten Sie als Leiharbeiter. Brauchen Sie eine finanzielle Grundlage auf. Gründen Sie einen eigenen Konzern. Erwerben Sie Ihr Hauptquartier. Ja. Leiharbeiter ist gut. Früher waren hier mal Aufträge. Genau. Ich glaube, wir sollen erst mal unseren Kunden nehmen. Eben Vertrag ist verfügbar. Nur einer? Also diese Felsformationen sind auch neu. Seitdem ich das das letzte Mal gespielt habe. Aber nee, noch mehr Verträge haben wir gar nicht. Bisschen schade. Aber egal, machen wir den ersten. Ähm, was müssen wir denn da machen? Männershirts, fünf Kunden bedienen. Ja, da kriegen wir hin. Davon gehe ich mal aus, dass wir das hinkriegen. Äh, ja, ich denke mal, das, äh, ja, jetzt müssen wir wieder den Laden aufbauen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Knüppel. Also von daher, verzeiht mir das. erst mal Lager. Ähm, nee, 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 aber ich glaube, wir sind halbwegs richtig. Genau, Lagereinheiten. Da reicht ihr auch das günstigste, Wie drehe ich denn die ganze Schose nochmal? Ähm, ich habe das ehrlich gesagt irgendeine Taste war das. Nö. Ja, platzieren weiß ich. Ahaha. Ja, gut, wer lesen kann, ist klar, im Vorteil, oder wer sich das mal durchliest. Liefereinheiten. Ja, nehmen wir einfach mal die Paletten, die sind am günstigsten. Dann haben wir zwei Stück. Zack. Die können wir hier auch wieder rausmarschieren. Dann brauchen wir eine Kasse. Ähm, Herrenabteilung. Äh, Kasse, eine kleine reicht, ne? Ja, stellen wir da in die Ecke. Die können wir auch schon mal aufmachen. Ähm, jo. Ja, 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 muss ich ein Büro? Artikel bestellen, Lieferung anfordern. Nie, Büro muss ich nicht. So, dann brauche ich, äh, genau, ein paar Ständer. 11.000 hab ich noch. Dann nennen wir die günstigsten. Ich soll ja nur fünf Kunden bedienen. Beziehungsweise die zur Kasse zwingen. Ähm, gut, jetzt brauchen wir jetzt Klamotten, ne? Mindestlager, Bestellverlauf, nee, das brauchen wir alles nicht. Hemden, Langärmliege, ich glaube, die weißen gehen immer gut. Die schwarzen gehen, glaube ich, auch gut. Blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Ähm, jetzt kann man sagen, weiß, ähm, ist auch meine Lieblingsfarbe, obwohl jetzt haben ganz viele und sagen, denn weiß ist keine Farbe. Ähm, ja, könnt ihr recht haben. Ähm, nehmen wir doch ein paar Trikots und dann ist das auch gut. Irgendwelche. Ich weiß ja nicht, welche Fußballfans ihr seid, äh, welcher Fußballfan ich bin, von welchem Verein, das wisst ihr ja mittlerweile, beziehungsweise die, die mich länger verfolgen. Ich habe aber auch nichts gegen andere Vereine. Glückwunsch an Werder, dass sie aufgestiegen sind. Ähm, und auch natürlich an Schalke, aber das ist mir, so, die wollen wir erstmal bestellen. Wir können wir, glaube ich, noch einen kleiner Ständer platzieren, ne? Zu viel Geld haben wir, glaube ich, noch. Ne, das ist viele Klamotten. Ich wollte nicht Klamotten, ich wollte die Ständer haben. Wie schön über den Klamotten? Ne, gut. Dann noch ein Ständer. Zack, einer passt, glaube ich, oder? Ja, cool. Ähm, schnelles, ich glaube, hier, bevor sie öffnen, alle Lieferungen sind heute kostenlos. Lieferung ist da, ich sehe noch keine. genau, dann können wir hier auch mal Herren, Hemden, Langarm, nehmen wir einfach mal den Weißen, das dauert jetzt eine Weile. Da kommt schon der gute Mensch. Ich hoffe, wir haben genug Platz, ich weiß das gar nicht. Ansonsten bestellen wir nochmal. können wir aber auch gleichzeitig was auspacken. gut, ist es genug Platz. Kaufen Sie Auslagen für Ihre Artikel, fügen Sie, ja, das machen wir gleich. Ich könnte es haben ein bisschen mal, ne, zacki, zacki, dass es ja auch mal ein bisschen Gas gibt, da. Jetzt, jetzt machen wir nochmal ein Trikot rein, Ich weiß, ich weiß gar nicht, wir hier noch das eine weiß ich, was wir bestellt haben. Das hier glaube ich. Ja, machen wir mal ein bisschen zacki, zacki. Perfekt. So, dann können wir auch schon die wunderbaren Ständer bestücken, Hemden, machen wir mal Langarm, zacki, dann wollen wir das weggehen und Design, bewegen, verkaufen. Verwalten, Artikel hinzufügen, he he, ein bisschen was ist auch noch. Paste, paste. So, dann haben wir hier Hemden, kurz, genau. So, paste, paste. Oder haste, haste. Man weiß es nicht so genau. Wir haben hier noch ein paar Gut, da haben wir keine mit. Oh Mist, wir müssen wieder Artikel auspacken. Ein kurzärmeliges Trikot noch und ein, ich hätte mal gesagt, für mich ist es ein Hemd, weißes. Ich stehe irgendwie auf weiß, weiß ist irgendwie rein für mich, also komplett unschuldig, unschuldig rein, weil sie sich das anders betiteln soll. Ich will die weißen, da können wir hier nochmal die blauen hinnehmen. Ja, hat was von Reinheit, finde ich. Ich trage auch sehr gerne weiß. Dann haben wir hier noch irgendwie, genau, das schwarze noch, können wir auch nochmal auffüllen. Haben wir noch irgendwas bestellt? Was, ja, das rote Trikot noch. Oder rot-schwarz ist. Kann man jetzt sehen und sagen, wie man will. Noch mal ein Ständer. Gibt es da nicht mal auch was für die Wand? Neue Regale sind wir drin. Cool. Aber was sagt denn? Gönnen wir uns. Zack. Langarm haben wir nicht mehr nur noch kurzämlich, aber ist egal. Da kann man glaube ich auch die Farbe so verändern von den Regalen. Design. Farbe. Weiß. Ja. Also das Spiel ist mittlerweile voll cool. Ähm, genau. Dann ab Außen laden. Da wird schön Miete abgezogen. Unser schönes Büro. Etc, etc, etc. Wer die alten Folgen noch kennt von mir, der weiß Bescheid. Wer sie nicht mehr kennt, gerne noch mal reingucken. Ist aber die alte Version. ein Euro-Dollar-Dollar-Zinsen. Ihr zum Laden. 100 Euro haben wir jetzt gemacht. So, dann müssen wir jetzt eigentlich warten, bis der aufmacht. Beziehungsweise bis Öffnungszeit ist. Können wir hier irgendwelche fremden Leute wir quatschen. Mal gucken, ob wir in unseren Laden gehen. Ist aber noch nicht offen der Laden. Äh, ich glaube erst ab 9 Uhr. Jetzt laufen wir schon dran vorbei. Ja, jetzt ist er geöffnet. Jetzt haben wir natürlich wieder keine Kunden mehr. So wie immer. Äh. Na, komm schon. Da möchte der Erste schon was. Äh, Männershirts. Braucht er ganz dringend. Ja, bitte, bitte. Männershirts. Haha. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob du es brauchst, aber wir können es mal ausprobieren. Männershirts. Yeah. Thanks. Jo, bitte, bitte. Nicht zu danken, ne, greif zu. Heute alles im Angebot. Ich bin zwar nicht, aber 180 Euro für ein Shirt ist schon, ähm, ja, das habe ich, war? Ähm, wollte ich mir früher mal leisten. Mittlerweile mit Familie nicht mehr. Aber passt schon. Jo, zweiter, dritter, vierter, Runde, ne? Fehlt uns, glaube ich, noch einer. Oder ab 15. Junge Dame. Oh, die. Hast du aber einen netten Rotmann an, hätte ich bei einer der will nicht. Nichts. Schildebüt. Ah, der junge Mann? Also vom Aussehen haben die sich ganz schön verändert. Seit dem letzten Mal. Frage hat er auch nicht. Junge Frau, bleiben Sie doch stehen. Ja, denn nicht. Wäre ich Ihnen auch nicht helfen. da haben Sie was gefunden. Und wir haben fünf Kunden bedient. Coole Sache, das. Waldplatz. Waldplatz. Firma noch nicht gegründet, das stimmt. Aber ich komme jetzt irgendwas... Muss ich das schon wieder rauf? Ne. Ach, Mann. Das Tattoo. Das Tattoo bewegen. Ey, das wird eine Kürzungsfolge. Ich würde sagen, hier den zweiten Auftrag, da es ja keinen weiteren gibt. Hahaha. Machen wir in der nächsten Folge. Wann die rauskommt, weiß ich nicht. Die würde ich immer so in Voraufnahme immer, wenn ich Bock und Lust habe und Zeit habe, aufnehmen und dann immer so je nach Lust und Laune veröffentlichen. Ja, die meisten sehen das ja, wenn neue Folgen draußen sind oder so und die meisten sind ja auch einmal am Tag auf meinem Kanal und gucken. Von daher. Ansonsten, ne, Abo und Glocke an, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wann ich da eine Folge veröffentliche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und keine Angst, heute kommen alle Videos wie im Sendeplan drinstehen. gestern leider nicht, weil ich mich da mit meinem Sohn sehr gehabt habe. Da waren wir verschiedener Meinungen und er wollte nicht pennen und das Ganze hat sich bis 11 Uhr gezogen und so habe ich dann auch verpennt und konnte keine Videos mehr aufnehmen. Sorry, die nächsten Tage wäre es anders. Versprochen. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.